Als wir bei den Leuten in der Universität waren, da waren es 111 Leute, die mit mir und der Band zusammen gesungen haben. Das war das Größte, das war das Abgefahrenste, was ein Hip-Hop erleben darf, durfte, auf jeden Fall. Das hat mich total umgehauen. Und wir lassen euch auf jeden Fall genau daran jetzt teilhaben. Viel Spaß! Alter, Freunde! Woran ich treibe, ist der Ast, der mich hält. Versuche zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Nein, es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Es ist eben eine Reise und ein neuer Morgen beginnt. Und nach ich greife, ist das nahe im Weiden. Eine Eintrittskarte, zum Glück ein Zeichen. Du spielst mit oder man spielt mit dir, sei jetzt ein Nichts. Du kannst alles gewinnen oder verlieren. Komm zu uns runter und nimm mal ne Schippe. Nimm mal einen tiefen Zug von uns, du springst von der Klippe. Herzlich willkommen auf unserem Bekippen. Immer am Abgrund springen wir umher mit die Flüchte. Folge mir und geh mit mir ein paar Schritte. Klicke über meine Schulter, das Leben vergiftet. Seid euch sicher, dass ich über die Wahrheit berichte. Und dass dieser Song sichern, euch alle hier richtet. Und ach, ich greife, ist der Ast, der mich hält. Versuche zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Es ist eben eine Reise und ein neuer Morgenbegleit. Wonach ich greife, ist bei weitem nicht einfach. Hinterlass schneisen, hinter mir ein weiter Bereich. Ein leerer Raum und seine Wände sind weiß. Kreidefleisch von Tränen und Namen gezeichnet. Verwirrende Bilder, sie kleine Kinder am Schrein. Versuche es zu schildern, denn deren Schicksal nicht leicht. Niemand hört es, sie einsamen Swimmern und Weinen. Geschlagen, vergewaltigt, Herzen zerbrechen im Zweifel. Und der Staat saugt uns kleiner aus. Die Unterschicht wird unten gehalten, mit der Faust. Wenn du dich traust, wirst du verhauen. Wenn du Dokumenten untergehen, kommst du aus den Schulden nicht raus. Und wenn ich greife, ist der Ast, der mich hält. Versuche es zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben, eine Reise, ist der Ast, der mich hält. Versuche es zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben, eine Reise, ist der Ast, der mich hält. Und wenn ich greife, ist der Ast, der mich hält. Versuche es zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben, eine Reise und ein neuer Ort begeht. Und wenn ich greife, ist der Ast, der mich hält. Versuche es zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben, eine Reise und ein neuer Ort begeht. Jetzt will ich den Chor hören und ich will euch hören. Das Leben, eine Reise, ist der Ast, der mich hält. Versuche es zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Wir sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben, eine Reise und ein neuer Ort begeht. Wow, wow, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.